Ja, Meinungsblogger sind Schmutz, werde ich halt Meinungsblogger. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Es gibt zum Glück auch gute Alternativen von Meinungsbloggern. Ja, dich schon mal nicht. Digga, mach die Gunheads in die Luft. Okay, oh, hier haben sogar richtig viele Leute auch kommentiert. Okay, das war's schon, aber die kennt man auf jeden Fall alle. Ach du meine Güte. Es gibt aber auch wie einfach nur ihre Meinungsblogger. Es gibt auch schon ausführliche Werke über diese Szene. Sag nicht, dass es das von diesem Typ, wo wir auch drauf reagiert haben. Ja, das ist dieser Mario Scholz oder so, ne? Ach du meine Güte. Weißt du, die kleinen Meinungsblogger wundern sich, warum die kaum jemand ernst nimmt, aber feiern dann solche unglaublich schlecht gemachten Videos, die halt absolut dämlich sind. Check ich halt nicht, um ehrlich zu sein. Und klaut das, das ist der, der sich so komisch in den Videos bewegt. Also zumindest animiert. So, ich fühle mich eindeutig eine tiefe Kellergedings. Ich hab keinen Bock, das zu lesen, das ist mir zu viel Text. Ich bin müde, kann nicht mehr richtig gucken. So. Ja, moin. Was für das hier? Moin. Double Alpen. Ich fühle mich so mit dem provoziert. Das ist quasi so eine Art Notwehrreaktion, diese ganze Geschichte hier. Irgendwer muss mal zurückballern. Weil er die AK ist. Von der massiven Dummheit einer gewissen Gruppe, die sich da selbst als Meinungsblogger bezeichnet. Oh, das sind wir, ne? Und die ihre dumme Grütze raushauen und von nichts eigentlich eine Ahnung haben. Und für die dann immer die Entschuldigung bei allem ist so, ich hab mich nicht vorbereitet, ich hab mir keine fundierte Meinung gebildet. Und ich blubber einfach so ein Scheißweg, der mir gerade in den Kopf kommt, obwohl ich einfach keinen Plan hab und auch nicht in der Lage bin, irgendwelche Informationen zu verknüpfen und zum aktuellen Tagesgeschehen in Zusammenhang zu bringen. Digga, mach bitte, rede bitte noch ein bisschen schnell, Leute, wir machen hier Double Time, meine Freunde und dann baller ich mit den Eckis alle tot. Das ist ja nur meine Meinung. Ich bin ja Meinungsblogger, das sagt das Wort ja schon. Ah, das ist halt nicht nur hart überflüssig, das ist auch hart dämlich und das ist auch hart peinlich und das wird auch dann hart gefährlich, wenn man sich mal anguckt, was die Deppen sich für ein Publikum suchen. Das Publikum ist vom körperlichen Alter geschätzt so 9 bis 16 Jahre alt, vom geistigen Alter gefühlt so 4 bis 7 Jahre alt. Da ist wirklich nicht viel los, sonst könnte man sich diese Scheiße auch nicht reinfahren. Gut, also ich weiß jetzt nicht, also bisher hin ist das einfach nur ein Video, wo irgendein Typ, den niemand kennt, einfach dumm, ohne Inhalt, über andere abrantet. Ich verstehe halt sowas immer nicht. Weißt du, das sind die Leute, die sich halt als was Besseres darstellen wollen, die quasi sagen wollen, ja, die Meinungsblogger-Szene ist ja so schlecht. So, aber alleine die Aussage ist doch schon mega dämlich. Also ich würde sogar eher sagen, dass so Videos wie zum Beispiel meine Kuchen Talks oder auch generell, ja, Weifer käme jetzt schwierig, der macht ja auch, geht sehr in Unterhaltung, aber Baku, ja, Baku vielleicht auch, glaube ich, machen eher Content, die halt auch eher ältere Leute feiern. Also viele Leute, die hier reinschreiben, sind ja auch älter. Ich habe auch viele Fans, die über 18 sind. Natürlich sind da auch Jüngere dabei, es wäre gelungen, wenn da nicht bestimmt auch ein paar Prozente Elfjährige oder so dabei sind, ne, das ist komplett normal. Aber alleine mit 9 bis 16 sagt er ja schon, dass die halt sehr, sehr jung sind und das ist natürlich absolut falsch. Also ich würde sogar sagen, dass der Durchschnitt meiner Community so ungefähr bei 15 oder 16 liegt vielleicht. Mit Glück vielleicht auch 17, weil das Ding ist, wenn du jetzt einen 14-Jährigen hast, dann brauchst du irgendwie 112-Jährige, damit der Durchschnitt irgendwie wieder bei 14 ist. Das wäre jetzt einfach nur geraten, keine Ahnung, wie viel man da braucht. Und genau, deswegen ist das halt, ja, unterschreiben auch viele rein, dass die halt älter sind. Von daher ist die Aussage alleine schon falsch. Wie das bei den anderen ist, kann ich mir, kann ich nicht sagen. Ich glaube auch, dass Mighty eine relativ ältere Community hat. Da Vinci glaube ich auch, weil ich glaube so diese Jüngeren, die halt so sehr jung sind, ne, so wie er sagt, so 9 bis 16 vielleicht, aber dann eher so 9 bis vielleicht 12, 13. Ich glaube, das sind eher Leute, die auch wirklich so krass unterhaltsame Videos haben wollen. Weißt du, die wollen reinklicken und wollen direkt sehen, jo, mein Tor, Freunde, was geht ab heute, wieder Bad Wars. Genau, das weißt du, und Da Vinci ist ja eher so, ja, hallo, hier ist wieder der netteste Meinungsblogger und heute geht's mal um irgendwas. Und ja, das, glaube ich, gucken sich dann halt weniger junge Leute an. Aber wir gucken erst mal weiter. Ja, das sind halt echt nicht die Leute, wo ich denke, da sollten irgendwelche Dummschwärzer, die von nichts eine Ahnung haben, daherkommen und denen irgendwelche Flöhe ins Ohr setzen, in der Hoffnung. Ja, und das ist natürlich, der schiebt ein bisschen, ne, das sieht lustig, da könnte man Memes zu machen. Ähm, das ist natürlich auch wieder, er sagt halt einfach, ja, die halt von nichts eine Ahnung haben. Ich bin, ich hoffe, dass er noch Beispiele bringt und jetzt nicht einfach nur dumm einfach alles pauschalisiert. Man weiß auch nicht, wen er meint, welche Videos genau. Bin ich gespannt, ob das noch Sachen sind, die im Video beantwortet werden. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass halt die anderen kleinen Meinungsblogger da natürlich schon ordentlich am Sacken sind, ne, die halten irgendwie alle zusammen. Dass sie irgendwie an sich binden können, sich für die interessant machen können, sich durch die und vor denen profilieren zu können, um ihnen dann irgendwelchen Scheißdreck zu verkaufen. Wie zum Beispiel irgendwelche Game Keys oder irgendwelchen Rotz auf Amazon, zu dem sie irgendwelche Rev-Links haben. Gut, also erstmal dazu. Das ist nämlich übrigens auch so ein Ding, wo ich auch geredet habe wegen diesem Justin-Video, was ich hier offline genommen habe. Dass Leute mir auch immer wieder vorwerfen, so, ja, du bist ja auch jemand, du machst dir ja auch voll die Gedanken, wie du welches Video rüberbringst und wie du welche Leute erreichst und so. Und ich kann euch halt sagen, mach ich einfach nicht. Also ich mach meine Videos halt so, wie ich Bock hab. Ich mach mir da keine 5 Stunden Gedanken drüber. Hm, wenn ich den Halbsatz jetzt nochmal umstelle, da ein Komma setze und da das mit Doppel-S einfüge, hm, dann hab ich die Leute auf meiner Seite. So bin ich halt gar nicht, sondern ich mach das halt einfach so, wie ich halt bin. Deswegen ist, und ich denke mal die anderen auch, deswegen ist alleine die Aussage, ja, wir versuchen jetzt aber möglichst viele junge Zuschauer zu erreichen, absolut dämlich. Weil dann würden wir wahrscheinlich auch ganz andere Themen ansprechen. Hm, welche Themen würden wir ansprechen? Gute Frage eigentlich, ne? Kann ich so gar nicht beantworten. Habt ihr mir jetzt tatsächlich auf den falschen Fuß erwischt? Ja, vielleicht irgendwas über Togo, ja? Wie, um 19 Uhr kommt Disney-Filme auch nicht mehr, sondern Kim Possible. Das geht ja mal gar nicht. Und was mit den Wochenend-Kits? Ja, genau, stimmt, mehr Fortnite oder sowas, ne? Man könnte Varo-News machen. Ne, man könnte generell, ich könnte ja auch einen kuren Talks über Fortnite machen oder so. Oder mehrere auch. Also da gibt's ja viele Möglichkeiten. Von daher ist auch der Punkt einfach schon absolut dämlich. Und genauso auch das mit den, mit den Rafflings. Also da fühl ich mich jetzt einfach mal selber angesprochen. Er hat natürlich recht, unter jedem meiner Videos ist ein Raffling. So, aber wo ist der Nachteil? Also ich hab euch ja auch schon öfter gesagt, ihr müsst ja nicht mal das kaufen, was ich verlinke. Sondern ihr könnt ja irgendwas kaufen. Und ich glaub, die wenigsten Leute kaufen sich das, was ich da verlinke, weil ich da eher so trollmäßig unterwegs bin. Ja, dann verlinke ich mal einen Baseballschläger. Dann auf einmal verlinke ich eine Gucci-Brille. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand gekauft hat. Kann ich aber auch mal nachgucken, auf jeden Fall. Ja, von daher weiß ich nicht, was daran so schlimm sein soll, Rafflings zu benutzen. Also ich kenne kaum Leute, die das nicht machen. Und im Endeffekt ist das ja auch einfach, ja, ein kostenloser Verdienst nochmal. Der Zuschauer hat keinen Nachteil dadurch, wenn diese Links da sind. Man selber hat aber die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Geld damit zu verdienen. Und wie gesagt, in meinen Top-Monaten mit Amazon habe ich halt so 2000 Euro verdient. Das müsst ihr mir überlegen. Nur mit Amazon-Links so. Ja, das war schön damals. Das ist einfach so, totaler Schmutz. Und ich finde, ja, da müsste man vielleicht irgendwie auch mal was gegen sagen. Aber die Gucci-Brille war leider schon ausgelöst. Haben sich alle geholt, leider. Die wenigsten, viel zu wenige. Und ich habe jetzt einfach die Schnauze voll. Und ich werde dem mal ein längerfristiges Projekt widmen. Und ja, außerdem haben die Kackspechte ja immer wieder gesagt, dass ihre Szene viel zu klein ist. Es gibt viel zu wenig Meinungsblogger. Und jetzt denkt sich natürlich so ein erwachsener, intelligenter Mensch erst mal, Momentchen mal. Also eher nicht. Wo wollt ihr denn unbedingt Konkurrenz? Es wäre doch viel cooler, wenn ihr die einzigen hippen Meinungsblogger seid, denen die Kids folgen können und denen sie jeden Scheißdreck glauben können. Stimmt, Digga. Aber dann darf ich nämlich nicht vergessen, die Meinungsblogger ziehen sich ja untereinander die Zuschauer weg. Du hast ganz recht auf jeden Fall. Ja, also ich verstehe halt auch nicht, also das Video ist halt einfach bisher zwei Minuten einfach nur rumgeflame. Ja, das war es. Mehr nicht. Es ist einfach nur rumgeflame und Beleidigungen gegen halt so Leute wie mich, Alpha Kevin. Also ich nehme jetzt mal so dieses Standard-Meinungsblogger, die man halt kennt. Ich verstehe da den Sinn ehrlich gesagt auch nicht. So, was willst du jetzt erreichen mit diesem Video so? Ich meine, du sagst zu uns, dass wir schlecht recherchierte Videos machen. Aber du selber machst halt ein Video, wo du uns einfach nur beleidigst und runter machst. Ist das jetzt besser oder was? Ist das das, was ich jetzt mitnehmen soll aus dem Video? Und von denen sie sich irgendwelchen Tünev aufschwätzen lassen. Das hat folgenden Grund, warum das durchaus Sinn macht. Da muss man das Geschäftsprinzip dieser Leute natürlich erst mal verstehen. Das Geschäftsprinzip dieser Leute ist ja nicht ohne. Ich beobachte das aktuelle Tagesgeschehen, informiere mich über gewisse Dinge, eigne mir vertiefendes Wissen an und haue dann meine qualifizierte Meinung dazu raus. Und mache ein qualitativ hochwertiges Video. Was übrigens diese qualitativ hochwertigen Videos sind. Da kommen wir später noch drauf. Ja, also natürlich mit einem Video, wo sich jemand im Auto abfilmt, 14 Minuten und drinnen lässt. Da können wir natürlich halt nicht mithalten. Ist natürlich ganz klar. Im Endeffekt ist es doch aber genau der Content, den wir halt machen. Wir befassen uns mit aktuellen Themen, die halt passieren. YouTube oder welttechnisch. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Recherchieren da halt was und machen dann ein Video darüber. Das ist unser Content. Das ist ja nicht der Plan. Das wäre für diese Katschspechte ja noch viel zu anstrengend. Das ist denen unmöglich zuzumuten. Die beschäftigen sich lieber mit dieser YouTube-Community und natürlich mit ihrer Meinungsblogger-Bubble so im Besonderen. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Oh, ich pinkel dem einen ans Bein. Und fronte hier ein bisschen. Und dann lutsche ich da wieder. Und dann pinkelt mir wer anders ans Bein. Und wer anders will bei mir lutschen. Und das ist dann so ein, ja, hin und her und kreuz und quer. Und immer wieder im Kreis herum so geistiger Inzest-Scheiß-Dreck. Wo man sich... Ich verstehe diesen Typen nicht, Digga. Ich verstehe den halt ehrlich gesagt einfach nicht. Also das ist schon wieder so eine unfassbar dämliche, dumme Aussage. Wo ich mir wirklich die Frage stellen muss. Also ich meine, du sagst, dass wir uns in unseren Videos, dass wir nicht recherchieren. Was hast du denn gemacht? Der hat zwei Meinungsblocks gesehen oder der mag zwei, drei Leute nicht und denkt jetzt einfach so, Bruder, jetzt rede ich einfach mal die ganze Szene schlecht. Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe solche Leute halt wirklich nicht, die einfach aus Zwang andere so runter machen, ohne dass da minimal Inhalt drin ist. Was? Ich glaube, ich habe das, was da drin verläuft. Was? Ich habe das, was da drin verläuft. Ich habe das, was ich mir nicht beschneide. Das ist natürlich krumm und Timo. Und dann habe ich die nächste genommen und dachte, ah komm, bei der kriegst du es hin. Tja, bitte. Genau, ja, das Ding ist, das ist natürlich halt, wie wahrscheinlich auch alle wissen, halt nicht unser, ähm, ja, unsere, unser Prinzip, dass wir jetzt aus Zwang irgendwelche anderen Leute brauchen, damit man sich mal wieder fronten kann und hochsacken kann und so. Weil ganz ehrlich, es ist auf YouTube normalerweise so, die meisten Leute antworten drauf, gerade wenn man eine größere Reichweite hat, wenn man dazu ein Video macht. Also bei mir ist das zumindest so und ich fühle mich ja auch mit angesprochen. Also ich habe ja auch ein Video über Justin gemacht, dann hat er ja zumindest auf dieses andere Video reagiert, was halt gekommen ist, ne, von Valente halt. Ähm, da, das ist ja indirekt auch eine Antwort gegen mich gewesen. Ne, wenn du mal so schaust, ich hatte ja auch schon Beef mit, äh, mit Haptic zum Beispiel, der hat geantwortet, ähm, ich weiß gar nicht, äh, KS Freak hat auch geantwortet. Also gerade als großer YouTuber ist man halt meistens im, also da sind dann halt auch die Leute, die man halt unfrontet so oder über die man Videos macht, halt schon gezwungen zu antworten. Und dann, ganz ehrlich, da ist es für mich doch besser, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, einen Julian Bam fronte und hoffe, dass da eine Reaktion kommt oder von einem, von einem Re wie einen Rezo oder sonst irgendjemand, der Millionen von Abos hat, als dass ich jetzt hoffe, dass ja wahrscheinlich auch erst in zwei, drei Jahren, ne, weil normalerweise dauert's ja auch ein bisschen, bis man größer ist, ähm, einen Meinungsblogger hat, der ebenfalls so eine große Reichweite hat, dass es sich lohnt, entweder mit dem zusammenzuarbeiten oder den zu fronten. Ich selber finde aber einfach, so, ich selber bin hier halt ein Teil der Meinungsblogger-Szene, so, von denen normal, ich mache halt Meinungsblogs, ne, daher auch der Name, ähm, find's halt schade, dass die Szene einfach oder die Leute, die man so dazu zählt, einfach momentan so langweilig sind. Also, drei Viertel der Leute in der Szene sind einfach stinkend langweilig, man kann sich das nicht mehr geben. Die einzigen Leute, die ich noch wirklich so aktiv verfolge, sind halt, also mich selber natürlich jetzt einfach mal, aber dann halt Just Nero noch, Alpha Kevin noch, ähm, JF hat jetzt wieder angefangen, da gucke ich auch rein. Ähm, ja, Baku, Dude mit Maske, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe, dann tut mir das leid. Aber das sind die Leute, wo ich ja das meiste gucke. Und neue Leute, also Konkurrenz zu haben, was ja auch nicht stimmt, ähm, ist halt einfach nice, weil man dann vielleicht auch neue Leute hat, mit denen man halt auch zusammenarbeiten kann, ne, warum denn nicht? Eigentlich einfach nur noch mit sich selbst beschäftigt. Und, äh, das Traurige ist, auf diesen Zug sind es auch viel größere YouTuber. Das ist übrigens auch genau das, was ich halt meine. Der Typ kennt sich halt null aus, rantet einfach mal jetzt 14 Minuten gegen uns, obwohl der gar keinen Plan davon hat und denkt halt aber auch wirklich, dass er der deutlich bessere ist. So, check ich nicht solche Leute. Oder er will trollen. Wenn er am Ende sagt, er trollt, dann... Aufgesprungen, muss man tatsächlich mal sagen, mit diesen schwachsinnigen, äh, Reactions auch, oh, ähm, ich reakte auf die Reaktion von irgendwem anders und, oh, also der Oberkrampf, was ich so in letzter Zeit gesehen habe, war, ich weiß nicht, ob ich das noch ganz zusammenkriege, aber ich glaube, dass das, äh, das Prinzip wird verständlich, war, äh, Milchbaum reagiert, auf Unge reagiert, auf Milchbaum reagiert, auf Tanzverbot trifft Milchbaum, auf der was-was-ich-was-Arschloch-Veranstaltung. Und... Achso, der zählt auch Unge und so weiter dazu. Da dachte ich mir so, seid ihr völlig bekloppt? Oder jetzt sitzen sie da auf Madeira und, ähm, streiten sich irgendwie künstlich und, äh, regen sich dann künstlich wieder ab und, äh... Ja, guck, das ist halt genau das, was ich meine. Der Typ hat einfach gar keine Ahnung von der Szene. Also man merkt bei ihm, finde ich, alleine den ersten vier Minuten, vielleicht auch so ein bisschen Neidheit durch tatsächlich. Also das geht jetzt ja nicht mal nur gegen uns, sondern das geht ja einfach gegen komplett YouTube so. Und für mich sind das halt einfach keine Punkte. Er versucht auch gar nicht ganz objektiv darüber zu berichten, sondern er bringt ja seine subjektive Meinung mit rein. Im Sinne von, jaja, es ist ja eh alles nur gestellt. So, ich meine, ganz ehrlich, Abdel ist zum Beispiel aus der Gruppe ja komplett raus. Ja, also das ist ja jetzt gerade der Fall. Der ist ja in keinen Videos mehr von denen vorhanden. Der ist jetzt ja gerade ganz alleine. Also für mich sieht das nicht nachgespielt aus, um ehrlich zu sein. Und das ist ein Fakt, der wird einfach ignoriert, weil das halt jemand ist, so der hält nicht viel von YouTubern. Der mag YouTuber vielleicht an sich einfach nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat mal ein YouTuber seine Freundin geklärt oder so, ich weiß es nicht. Ist vielleicht an sich auch einfach, findet es unfair, dass man mit so wenig Arbeit so viel Geld verdienen kann und er selber muss acht Stunden arbeiten. Kann ja alles sein. Ich verstehe aber immer nicht, warum man dann so aus Zwang einfach versucht, die Leute runterzumachen. Also, ich muss halt ganz klar sagen, ich sehe das halt, einen Punkt sehe ich ähnlich wie er. Ich finde auch, ich habe das Video nicht gesehen, aber Milchbaum reagiert auf, Unge reagiert auf, reagiert auf, reagiert auf. Finde ich irgendwann too much. Ich finde, je nach Thema natürlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf mein Video reagiert, reagiere ich da gerne zurück drauf. Gerade auch, wenn das halt so ein Alblali macht oder Unge. Weil mich selber das auch interessiert, was halt diese Leute sagen. Weil das Personen sind, da gucke ich vielleicht auch selber die Videos, man kennt die, man findet die sympathisch. Und dann interessiert dich die Meinung von der Person natürlich schon mal deutlich mehr. Das, was Alpha Kevin zum Beispiel zu mir sagt, gucke ich mir auch mega oft an. Der hat auch hier mal auf mein Eikuchen Video reagiert, über die Meinungsblogger Szene. Habe ich mir am Abend auch einfach mal reingezogen, fand ich sehr interessant. Wobei das jetzt natürlich eher dann so mal seine Meinung ist, das ist jetzt keine Kritik zu meinem Content. Und sowas zum Beispiel gucke ich mir persönlich halt gerne an. Und wenn ich das dann im Stream mache, ist das ja extra nochmal Content, die Sachen kommen gut an. Warum soll ich das nicht machen? Da weiß ich auch direkt, wo ich stehe. Ist doch sehr nice. Genau. Und auch da aber wieder bei dem Beef dann zu sagen, ja, das ist ja alles gespielt. Ich meine, das ist halt, das hat ja so große Wellen geschlagen. Es gab ja auch richtig Verlierer und so. Also wenn die das künstlich gemacht hätten, wäre das ja absolut dämlich, weil es ja trotzdem Verlierer gibt während dem Beef, die natürlich schlechter dastehen. Okay, eigentlich nur Abdel, aber es wäre ja dumm, wenn der jetzt mit Tanzobot abgemacht hätte, jo, lass mal ein Beef haken. Und dann drehe ich keine Videos mehr mit meinen Freunden. Ich verstehe nicht, wie man auf solche Aussagen kommt. Und irgendwer moderiert das Ganze als Streitschlichter und alle verdienen an der Scheiße. Aber der Informationsgehalt ist gleich null. Und die gesellschaftliche Relevanz, die ist sogar im Minusbereich. Das ist weder interessant noch wichtig, dass es einfach nur Scheißdreck mit dem junge Menschen ihre Zeit verschwenden können, indem sie sich diesen Mist angucken. Ja, guck mal, das ist auch der nächste Punkt, den ich halt nicht verstehe. Es kann sein, dass es für dich vielleicht nicht interessant ist. Natürlich ist jetzt der Streit zwischen zwei YouTubern, an sich ist es egal. So, ja, ganz ehrlich, da sehe ich natürlich genauso. Also, ich finde jetzt auch nicht, dass das irgendwas Wichtiges ist, ob die sich jetzt da gestritten haben. Wobei es dann ja auch so ein bisschen um das Thema Rassismus geht, was uns ja auch wieder alle betrifft. So, aber ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel Leute in dieser Szene drin sind und du bist vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, vielleicht auch zwanzig, aber du bist generell so in dieser YouTube-Bubble halt eher drin, bin ich ja zum Beispiel auch. Ich fand das auch interessant. Ich habe mir auch gerne den Stream von Monte und Stay angeguckt, wo dann die Unge und so weiter noch drin waren. So, dann kann das doch für die Leute interessant sein. So, für mich ist zum Beispiel auch Punkmusik nicht interessant. So, aber deswegen würde ich mich nicht in so einem Video hinstellen und sagen, ja, was ist das für eine Kackmusik hier? Sondern wer das halt feiert, der feiert das halt. So, jeder hat doch einfach ganz andere Interessen. So, und genauso könntest du auch sagen, ja, Videospiele sind einfach nur was, wo jetzt Jugendliche ihre Zeit verschwenden können. So, das wäre doch genau das Gleiche. So, es gibt doch auch was Wichtigeres, als bei Fortnite einen epischen Sieg zu holen. So, machst du Sport, ist es gesünder für deinen Körper auf jeden Fall, wenn du das machst, statt Fortnite zu spielen. So, ich meine, natürlich kann man seine eigene Meinung gerne haben, aber dann sollte man das vielleicht auch ein bisschen natürlich subjektiv machen, aber zumindest in dem Sinne objektiver, dass man das nicht als kompletten Crap-Scheiß irgendwie dastehen lässt, was man ja gar nicht verstehen kann. Weißt du, und so Leute, und das Geile ist ja halt auch so diese kleinen Meinungsblogger dann hier drin, also den jetzt mal weggelassen, der hat ja nur gesagt, dass es gute Alternativen gibt. So, aber solche Leute hier dann, weißt du, die nehmen den dann ganz tief in den Mund, obwohl er in den ersten vier Minuten alleine nur scheiße ist. Digga, ich kann euch jetzt schon sagen, ja, bei beiden, wenn ich so ein Video gemacht hätte, wo ich genau das sage, Digga, ich hätte keine fünf Minuten warten müssen, da wären 20 Videos von den kleinen Meinungsblogger gegen mich online gewesen. Ja, aber der, oh, der ist ja, der ist ja gegen die bösen, großen, etablierten. Ja, wir sind nämlich die etablierten Parteien in der Meinungsblogger-Szene quasi, ja, und ja, irgendwer will halt die AfD sein, aber das werden wir nicht zulassen, meine Freunde. Keiner macht den Rassisten. Und, äh, ja, das ist halt, das ist wack. So, da wird halt mit zweierlei Industrie, äh, die, die wirklich, ähm, ja, von diesem Bockmist, äh, profitiert und mehr als gut davon lebt. Das sind ja teilweise Leute, die echt reich werden mit dem Scheiß. Und ich verstehe es nicht und es regt mich auf. Ah, da sieht man nämlich auch schon den Neid. Weil das ist ja auch genau das, was ich letztens erst in einem Alkuchen-Video gesagt habe, ähm, wo Leute auch zum Beispiel meinten zu FIFA-Gaming, ja, ignoriere den doch, du gibst den ja nur Reichweite, bla, bla, bla. Ganz ehrlich, ist es für mich schlecht, wenn er Geld verdient. So, das ist zum Beispiel, genauso wie mit, keine Ahnung, ApoRed. So, ich mein, den feier ich jetzt auch nicht, wobei ApoRed ist jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel. Na, obwohl doch so. Seine alten Videos, die er gemacht hat, fand ich zum Beispiel auch extrem kacke so, ja. Also diese ganzen Fake-Beefs und so, also, nee, Fake-Pranks meine ich, sorry. Ja, Fake-Pranks, richtige Dreck-Videos, konnte ich mir gar nicht geben, gar keine Frage. So, aber jetzt zum Beispiel ist er ja mit Fortnite relativ erfolgreich geworden und hat da ja auch gut Cash gemacht. So, und zumindest ist es mir nicht bekannt, dass er da Leute verarscht hat. So, jetzt mag ich vielleicht ein ApoRed, nicht wegen der Vorgeschichte, was der gemacht hat. So, aber was juckt es mich denn, ob er damit Erfolg hat oder nicht? So, das verstehe ich einfach nicht. Oder genau so ein Monte. Ja, also ich mag Monte so, ich finde ihn sympathisch, aber nehmen wir an, ich mag ihn nicht. So, dann kann es mir doch trotzdem komplett egal sein, ob der damit sein Geld verdient oder nicht, weil es hat doch im Leben gar keinen Nachteil für mich. Außer ich hätte mir, oder außer ich wollte mir genau das gleiche Haus holen und er hat es bekommen, dann wäre das was anderes gewesen. Ähm, aber so an sich ist es doch kackegal, ob Leute damit Geld verdienen oder nicht. Warum regt dich das auf? Was hast du persönlich für einen Nachteil darin, wenn Leute in ihrer Bubble vielleicht einen Stream machen, ja, von Monte und Stay, wo die halt so ein Beef klären, den du selber nicht feierst und wo du nichts mit zu tun kannst? Was hat das mit deinem Leben zu tun, selbst wenn jeder von denen, auch Abdel, da mit 50.000 Euro rausgehen? Das ist, niemand hat dir dein Geld geklaut, niemand zwingt dich damit, dich damit zu befassen so, dann lass die Menschen doch da einfach leben. So, das sind so Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Check ich nicht solche Aussagen. Wenn es mich schon aufregt, dann will ich wenigstens ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist ungefähr so, wie wenn man sich sagt, also jetzt nicht von KuchenTV, Alter, von dem will ich kein Stück abhaben. Von dem kann man sich auch nicht mal eine Scheibe abschneiden. Nicht nur, weil der Lauch so dünn ist, sondern... Oh, Digga, ich will ja nicht angeben, ich hab mich heute aber gewogen, ja, da muss ich hier natürlich auch angeben. Ich hab nämlich schon fast Ansätze von einem Sixpack, ja, Alter, hier, guckt den euch an, Alter. Ah, Digga, guck mal, da kann ich gegenhauen, da komm ich gar nicht mehr rein. Halt dich zurück, Digga, sonst klären wir das auf der Gamescom, wenn die mal stattfindet. Ich hab mich aber vorhin gewogen, meine Freunde, ja, also ich wieg mich immer jeden Tag, aber ich schreib's einmal die Woche auf. Von 79,1 oder 0,8 oder so auf 81 Kilo hoch, ja. Also alle mal Kerze an den Chat. Also wie gesagt, das Training, Digga, läuft, ne, der Bizeps wird auch immer größer. Digga, guck ihn dir an, Alter, so. Was willst du? Was für dünn, Alter? Digga, geh mal zurück nach 2016. Dann gehen wir demnächst mal irgendwie, irgendwie, äh... Ja, stimmt, vor allem er sieht mega fett aus. So, ob das jetzt besser ist? Naja. Genauer drauf ein. Warte, geht er jetzt oder in einem anderen Video genauer drauf ein? Ah, gehen wir demnächst mal irgendwie, irgendwie, äh... Okay, also ist das auf jeden Fall einer, den man abonnieren kann, weil da wird auf jeden Fall noch ein Video über mich kommen. Digga, da bin ich, bin ich wirklich gespannt drauf. Genauer drauf ein. Es ist, es ist einfach... Es ist ein Schock. Also, diese Leute haben inhaltlich wirklich, wirklich nichts anzubieten. Ähm, gar nichts. Und... Aber ich kann euch jetzt schon sagen, was ihr im Video sagen würdet. Hör, wen interessiert das denn, ob die beiden Beef hatten? Hör, wen interessiert denn, ob der und der, da, das und das faked? Ja, aber wenn es dir nicht interessiert, ist es halt deine Meinung, ist kein Punkt. Das, was sie ja immer propagieren, nämlich eine Meinung zu haben und eine Meinung zu vertreten, das ist halt einfach nicht gegeben. Wieso? Die haben keine Meinung, die sie vertreten könnten. Und selbst wenn sie eine Meinung hätten, würde ihnen die Eloquenz fehlen, die sie tatsächlich auch... Jetzt tut mein Bauch weh, alter Weib. Das ist das Problem. Mein Bizeps ist so stark, wenn ich gegen meinen eigenen Bauch haue, dann tut der halt weh, ne? Angemessen vorzutragen und gegebenenfalls gegen Gegenargumente auch wirklich von dir zu verteidigen. Das ist ja, das ist ja überhaupt nicht da. Ach stimmt, Digga. Wenn ich einfach so Bock habe, zum Beispiel meine Meinung über, keine Ahnung, über Luxemburg zu sagen, da muss ich natürlich erstmal Gegenargumente herausfinden, die ich gegenargumentieren kann, damit eine richtige Argumentation stattfindet. Stimmt. Weil man darf nämlich gar nicht einfach so seine Meinung sagen. Das geht nämlich gar nicht. Sondern man muss sich direkt irgendwie mit der Gegenseite auseinandersetzen. Ob es eine gibt oder nicht, das sei einfach mal dahingestellt. Aber ja, genau das muss man halt machen. Ich check diese Person halt einfach nicht. Also alleine, wenn man zum Beispiel hier schaut, halt mit der Meinung, was er ja angesprochen hat. Da, 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 da. Also generell mache ich ja auch nicht nur Meinungsblocks, das muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Zum Beispiel sowas hier mit, was wurde aus KS-Treek? Ist natürlich an sich ein Meinungsblock, aber ich meine, ich rede ja auch so allgemein so ein bisschen über KS-Treek. Da ist vielleicht gar nicht so unglaublich viel Meinung mit drin. Ähm, ja, da mache ich natürlich noch Fails. Ja, Vodafone, das hätte auch von jedem kommen können. Ne, also man macht nicht nur Meinungsblocks auf jeden Fall. Man stellt auch manchmal Dinge klar oder zeigt Dinge, die vielleicht auch falsch gelaufen sind. Ne, aber zum Beispiel im Xavier Naidoo-Video sage ich doch ganz klar meine Meinung. Ähm, dann habe ich ein Video über die Linken gemacht. Da habe ich mich zum Beispiel auch über, ähm, mit den Gegenseiten, ähm, auseinandergesetzt. Genauso wie mit der Pyro-Community. Also der Typ hat wahrscheinlich ein Video von mir gesehen, der mag mich nicht und, äh, zieht halt alles über ein Kram und sowas check ich halt nicht. Sondern wenn du keine Ahnung hast, dann halt doch einfach dein Maul so. Ja, nichts. Da ist ja komplett gar nichts. Das ist einfach nur, ich weiß gar nicht, das ist, das ist einfach nur Fremdscham, das ist eklig, das ist ehrenlos und das ist einfach absolut dumm. Naja, seine Videos sind deutlich besser als Schneider. Und wenn ich seine Meinung zu irgendwelchen Sachen raushauen muss, dann sollte das vielleicht mal ein erwachsener Mensch sein, der einen gewissen Bildungsstand hat, der eine gewisse Eloquenz besitzt und der einfach sich auch ein bisschen selbst reflektiert und das, was er da tut und auch... Ja, sehe ich aber auch genauso. Also ich meine, nachdem du jetzt in den ersten vier Minuten uns einfach nur runtergemacht hast und beleidigst, ähm, ja, ist das ja eigentlich genau das, was du gerade kritisiert hast, bist du ja zum Glück nicht selber, weißt du, das ist das Gute auch an dieser Person. Ne, also er ist selber auch selbst reflektiert, er weiß ganz genau, yo, das, was ich vor zwei Minuten gesagt habe, das passt, nö, passt nicht auf mich, Digga. Ich bin, äh, ich hab hier eine sehr fundierte Meinung auf jeden Fall. Das Publikum, was er hat und das Publikum, was er anstrebt und der einfach so ein bisschen weiß, äh, wo der Frosch die Locken hat und der auch in der Lage ist, gewisse Dinge mal zu anderen Sachen in Zusammenhang zu bringen. Wo der Frosch die Locken hat? Der vielleicht auch so ein bisschen, so einen Hauch Lebenserfahrung vielleicht schon hat. Es ist natürlich klar, dass jetzt so ein zwölfjähriges Gör denkt, dass der 17-jährige Klugscheißer unglaublich erfahren ist und unglaublich was drauf hat, aber... Ja, 17... Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch mich meint, weil irgendwie ist er so wischiwaschi irgendwie. Ja, 17, okay, ich mein, ich werde jetzt in der Woche 25... Nö, na, einfach fast, Digga. Kann man noch durchgehen lassen. Mädchen. Nee. Nee, gar nicht. Da guck lieber Sendung mit der Maus. Da hast du echt mehr von, als wenn du so einem, keine Ahnung, Feuerhoden zuguckst, wie der... Feuerhoden, lol. Ach, da ist die fundierte Meinung wieder. Irgendwie, weiß ich nicht, erst mal versucht, seine beiden Kiefer in Einklang zu bringen und dann irgendwie sich über Themen auszulassen, von denen er schlicht und ergreifend keine Ahnung hat. Und selbst die Sachen, wo man meint, er müsste Ahnung haben, das ist ja auch so ein Grütz. Ich habe mir, ich habe mir die Videos dieser Leute wirklich angeguckt. Ich habe da wirklich stundenlang Recherchearbeit reingesteckt. Offensichtlich nicht. Ich habe nach so ein paar Minuten gemerkt, okay, brauchst du nicht Stunden reinstecken. Da kommt nicht viel Neues. Da wiederholt sich einfach nur das Elend oder es wird auf neue Spitzen getrieben. Aber egal. Kommen wir später zu. Irgendwann anders, in einem anderen Video, in anderen Videos. Ich werde diese Leute wahrscheinlich noch mal einzeln so ein bisschen auseinander pflücken, wenn ich da Zeit und Lust zu habe. Auseinander pflücken, alter Schwede. Weiß ich, ich komme da einfach, ich komme da halt wirklich Realtalk nicht drauf klar, dass es da halt, das ist ja wirklich, jetzt will ich mir den Kommentar doch mal durchlesen. Ich kann nicht richtig gucken, ich bin schon ein bisschen müde. Ich fühle mich eindeutig in die Tiefe in der Keller. Ich würde selbst, ich würde mich selbst am Mainz-Blogger oute, nämlich immer eine fundierte Meinung in diesem Vorderkonto. Ich muss jetzt sagen, dass mich das Video echt so ein bisschen zu verwendet. An manchen Stellen konnte ich auch nicht anders bezüglich einer Verallgemeinerung. Ich bin zwar genau der ADHS-Teil der Zuschauer, die du hier dabei runter machst, aber im gleichen Alterzug bin ich der Meinung, nach meinen 15 Jahren auch ein gebildeter junger Mann. Du stellst teilweise deine Meinung als sehr universell hin. Ah ja, okay, der ist doch gar nicht so positiv. Wer auch nochmal Glück gehabt, dann nehme ich das natürlich zurück. Ähm, ja, wack auf jeden Fall. Okay, aber wir gucken erst mal weiter. Auch natürlich, wenn man jetzt in dieses Meinungsblogger-Ding so rein will, als jemand, der auch tatsächlich eine Meinung hat und der tatsächlich die auch vertreten kann, ähm, ist natürlich auch trotzdem wichtig, dieses Spiel so ein bisschen mitzuspielen und den Leuten halt ans Bein zu pissen. Aber glutscht wird nicht. Auf keinen Fall, Alter. Was ist los? Was? Das stimmt doch überhaupt nicht so. Ich meine, guck mal, das Problem ist, oder das Ding ist, warum zum Beispiel gerade Meinungsblogger sehr viele Videos über Leute in der Meinungsblogger-Szene machen, was ich übrigens sogar als gut empfinde. Also, ich meine, ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wenn ihr denkt, das ist gut oder eher schlecht. Aber ich sag mal, gerade die Meinungsblogger sind ja dafür bekannt, Kritik zu üben halt, ne? Oft gegen andere YouTuber, ne? Zum Beispiel halt ein Zemax, wenn der mal was macht oder ein ApoRed, wenn der irgendwelche Fakes oder sowas macht. Aber ich find's auch gerade sehr, sehr cool, dass man sich halt auch untereinander halt auch mal vielleicht ein bisschen kritisiert oder auch ein bisschen vielleicht auch mal frontet. Das belebt so ein bisschen natürlich auch generell die ganze Sache und man kann natürlich auch was draus lernen. Also, ich selber zum Beispiel habe ja mein Content auch dann irgendwann komplett umgestellt, ne? Auch nach diesem Meinungsblogger-Platzen-Video irgendwann, wo ich mir auch überlegt habe, ja, da könnte ich vielleicht auch so ein bisschen was ändern. Ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach kam. Ich glaube, kurz bevor ich mein Content geändert habe. Also, man hat sich längere Zeit auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht, was man nicht an seinem Content ändern kann. Und genau, das, ja, find ich dann halt gut, wenn vielleicht auch andere Meinungsblogger auch mal ein Video über jemanden über einen machen und man dann einfach auch schauen kann, okay, was stört die denn eigentlich noch? So, weil das ja auch Leute sind, die machen ja ähnliche Videos. Natürlich hat jeder seinen anderen Schwerpunkt, keine Frage, aber vielleicht kann man trotzdem ein, zwei Sachen mitnehmen aus den Videos und das ist doch gut, finde ich. Und man muss sich natürlich nicht untereinander fronten, so, ne? Das ist ja jedem halt komplett selbst überlassen. Es gibt ja auch Leute, die das in der Szene wahrscheinlich eher weniger machen, aber es sind halt nun mal alles Leute, die ihre Meinung sagen und natürlich sagt man dann auch seine Meinung über andere in der Szene, so, ne? Ganz klar, find ich auch nicht schlimm. Boah, ekelhaft. Kommen wir. Wie findest du eigentlich solche Videos mit so wenig klickst? Das wurde mir zugesendet, aber normalerweise gebe ich in meine Suchleiste KuchenTV ein und guck da mal. Nach dem fragwürdigen Inhalt jetzt mal kurz zur fragwürdigen Form dieser Meinungsblogger-Videos. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also das Allerwichtigste, die Grundausstattung, die so ein Meinungsblogger hat, um seine Videos irgendwie herzustellen und dann darzubieten, was er da an Informationen vermeintlich raushauen will, was er da so Clickbait-mäßig... Ja, also ich sag auch mal, wenn ich sowas sehe, Digga, dann pack die Quarantäne weg. Also wenn solche Videos jetzt kommen, Bruder... ...sich angekündigt hat, was sich dann meist als Furz im Wind entpuppt, die Grundausstattung ist ein lächerlicher Hintergrund. Also entweder du hängst dir irgendwelches schwasseliges LED-Spielzeug an die Wand, vor dem du dann lächerlich rumtanzt, als hättest du einen epileptischen Anfall und nennst das dann irgendwie ernsthaft Outro deiner Videos oder aber... Tja, befasst sich damit, checkt nicht, warum ich das mache, hat nicht recherchiert und dann kommen halt solche Aussagen. Lässt dich selbst vor der Kamera irgendwo unten in so einem kleinen Fensterchen laufen, während halt irgend so ein anderes Gedödel im Hintergrund ist. Ist ganz wichtig. Was meint er denn damit? Da lässt du dich selber klein in der Ecke laufen? Also damit meint er ja nicht mich oder meint er, bei meinen Videos zum Beispiel ist halt hier in der Ecke, also hier unten in der Ecke, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil da bin ja gerade ich, ist immer so ein kleines Fenster, aber das kann man anmachen. Ja, da meint er Reactions. Ja, aber... Für diese ganzen ADHS-Kinder, die sich den Scheiß... Ja gut, aber kommen wir erst mal zu meinem Ding. Also ob jetzt natürlich diese LED-Dinger da jetzt so geil sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ich persönlich feier die halt, weil du halt einfach 10.000 Einstellungen hast so. Ich kann halt 500 Millionen verschiedene Farben leuchten, ja, wie nennt man das denn? Einstellungen machen, dass die Farben halt komplett anders sind. Und natürlich gibt es halt Leute, denen das halt nicht gefällt, aber wie auch schon Cloud da reingeschrieben hat in die Kommentare. Er sieht seine Meinung allzu universell an so. Also du, okay, du magst es halt nicht, absolute Ordnung, ne, verständlich, aber du stellst es halt so hin, als wenn das halt so das Schlimmste auf der Welt wäre. Also ich mein ganz ehrlich, dann fass hier doch mal die eigene Phase, Junge. Du sitzt in deinem Auto, filmst dich, erst mal bist du halt komplett nah dran, also man kann jeden einzelnen Pickel von dir sehen und jedes einzelne Bata. so, dann ist ungefähr die Hälfte dein Gesicht und die Hälfte sind irgendwelche Berge im Hintergrund, die auch nach nichts aussehen. Also dein Hintergrund in dem Video ist doch kein Stück besser so. Dann zeig uns doch, was ein geiler Hintergrund ist. Dann zeig uns doch einfach mal, was ein geiler Hintergrund ist und ja, hau da einfach mal ordentlich einen rein. So. Und zeig uns doch mal, was cool ist. So, nein, natürlich nicht. Ihr macht einfach selber genau die gleiche Scheiße, aber beschwert sich halt über andere. Check ich halt nicht. was angucken sollen, damit die auch wirklich überhaupt keine Chance haben zu merken, was für einen inhaltslosen Scheißdreck du da anbietest. Weil sie werden ja immer wieder abgelenkt. Sie müssen ja immer wieder woanders gucken, irgendwo leuchtet was. Sie sind ja, da sind ja wie so kleine Katzenkinder, die hinter so einem Laserpointer herrennen. Ah ja. Da kann man denen auch keinen Vorwurf machen. Die haben ja auch wahrscheinlich nicht so richtig Erziehung und Bildung genossen und keine Ahnung. Es ist wirklich traurig, aber es wird auch nicht besser, wenn sich so einen Scheiß reinfährt. Das ist jedenfalls das Erste, was so Videos ausmacht. Das ist ein bescheuerter Hintergrund. Da habe ich jetzt hier gleich schon einen Fehler gemacht. Ich sitze hier so mit so einem netten Berg da und keine Ahnung, hier fahren eben so Schwäne und so ein Kram und manchmal fährt da ein Zug vorbei. Zug vorbei ist noch nicht genug Ablenkung, muss ich leider sagen. Ja, das ist voll die Ablenkung. Also im Hintergrund bei mir, ich lasse hier immer eine Szene laufen. Also ganz ehrlich, da achtet man vielleicht die ersten zehn Sekunden drauf, dann hat sich das fünfmal wiederholt. Dann lässt sich davon auch keiner mehr ablenken. Das sind halt Dinge, die werden halt behauptet, einfach nur Leute runter machen, ein bisschen ranten, ich check nicht, was in solchen Leuten wirklich los ist. Das ist mal wirklich so ein klassischer Hater, wie man sich den vorstellt. Weißt du, und das sind halt auch wirklich Leute, die ich halt nicht verstehe, weil der geht ja wirklich davon aus, dass das, was er sagt, halt auch einfach stimmt. Er glaubt halt wirklich, ja man, es ist genau so, wie ich das gerade sage und das geht mir nicht wirklich in den Kopf rein, um ehrlich zu sein. Man muss doch selber merken, was man für eine Scheiße labert oder nicht. Da müsste ich mir mehr einfallen lassen. Also eigentlich müssten mir irgendwelche Leute stehen, die ständig mit irgendwelcher Neon-Leucht-Reklame daherrennen oder so oder einfach, da müsste einfach so ein Typ von draußen so ein Strobo-Licht ans Fenster halten oder was? Ja, ich glaube, er ist halt wirklich jemand, der halt einfach so einen Hass gegen diese ganze YouTuber-Szene hat oder generell gegen diese ganze Influencer-Szene, weil die halt sehr viel Geld mit wenig Arbeit machen. Also ich selber bin ja jetzt auch jemand, der jetzt nicht so viel Arbeit macht einfach oder hat. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis und das sieht man ja halt auch. Meine Videos sind jetzt nicht die ultra krassen Videos. Ich meine, ich streame hier, ist ja auch nicht so anstrengend. Aber ja, kehrt zu anderen, die beste Community auf jeden Fall, weil die hier gerade zuguckt. Aber trotzdem muss man hier natürlich halt auch einfach sagen, dass man, ich jetzt irgendwie komplett raus bin tatsächlich. Was hat er gerade gesagt? Ich habe hier gerade was gekostet. Also eigentlich müssen hier irgendwelche Leute stehen, die ständig mit irgendwelchen Neon-Leucht-Reklame da herrennen. Aber Props an euch auf jeden Fall, Mann. Du müsst einfach so ein Typ von draußen so ein Strobo-Licht ans Fenster halten oder irgendeine Scheiß. Ach ja, genau. Ja, er ist natürlich jemand, der da halt nicht jemand ist, der halt den Leuten einfach das Hack nicht gönnt. Und das habe ich ja auch, also ich troll ja auch gerne mal ein bisschen unter der Braunschweiger Zeitung und da kommt halt auch mega oft dann so die Aussage, ja, hör, wieder der YouTuber, hör, geh mal arbeiten oder so. Wo ich mir halt auch so denke, ey, ich meine, ich mache halt mein Geld durch diese Videos. Im Endeffekt steht es ja auch an sich jeden frei, solche Videos hochzuladen. Ja, also jeder kann sich einen Kanal erstellen, wie zum Beispiel auch er. Ich sage mal, mit den Videos wird der Erfolg vielleicht eher nicht so kommen. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber jeder hat halt die Möglichkeit. So, und warum beschwerst du dich darüber, dass ich so mein Geld verdiene? Das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe. so, es macht doch für dich in deinem Job keinen Unterschied, ob ich mir, ob ich damit Geld mache oder nicht. Und wenn ich damit Millionen verdiene, das ändert nichts an deinem Leben. Ich verstehe einfach diese Neidkultur halt einfach nicht. So, also ich meine, ich mag ja auch viele YouTuber nicht, aber trotzdem gönne ich denen deren Hack. So, ja, dann werden die Leute erreichen, wenn die damit Klicks machen, ist das doch komplett in Ordnung. Solange die damit halt keinen verarschen, aber selbst dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, das Geld muss halt aber zurückgeben. So, und das sind halt so Leute, die check ich halt einfach nicht. Trick. Trick, damit denen so richtig das letzte bisschen, was an Synapsen noch da ist, einfach mal direkt durchbrennt. Ähm, das ist der erste Punkt. Das zweite ist, du musst permanent saudumme Jump Cuts irgendwo setzen, damit auch wirklich, wirklich, wirklich keiner aus der Meinungsblogger-Szene setzt Jump Cuts. Nicht einer. Just Nero macht das nicht, ich mach das nicht, JF macht das soweit, ich weiß nicht, Alpha Kevin macht das nicht, Mighty macht das nicht. Hä? Äh, wen meint er denn jetzt? Er behauptet einfach irgendwas, was keiner macht und sagt dann aber auch einfach in dem Video, ja, die recherchieren halt aber auch nicht richtig hier, was soll denn das halt, äh? Jedem Idioten deutlich wird, dass du nicht in der Lage bist, auch nur einen einzelnen verdammten, geraden Satz rauszubringen. Ganz... Ich kenn auch keinen Meinungsblogger, der nach jedem Satz cuttet. Das ist wichtig. Bist du in der Lage, einen geraden Satz rauszubringen, ohne fünf Schnitte da drin, da brauchst du als Meinungsblogger gar nicht anzutreten. Da bist du, da bist du direkt unten durch. Das ist auch ganz wichtig. Ja, komm mal, das ist halt auch wieder so die nächste Sache einfach. Ich mein, du siehst das jetzt ja auch im Stream, also klar, ich hab manchmal so meine Hänger, aber ich bringe ja auch viele Sätze ganz normal raus, ohne jetzt irgendwie äh, äh, äh oder sonst irgendwas zu sagen. Auch da wieder behauptet er halt einfach irgendwas, was aber gar nicht stimmt. So natürlich cuttet man, also ich versuch immer so nach einem Absatz zu cutten, kommt natürlich immer drauf an, ich find Aufzählungen relativ schwer, muss ich sagen, wenn ich jetzt so vier, fünf Dinge hab, die ich so hintereinander wegbringen muss. Zum Beispiel, keine Ahnung, er ist sympathisch, gut aussehend, macht Spaß, äh, ja, guter YouTuber, also alles, alle möglichen Dinge, die nicht auf dich zu treffen, so. Das find ich immer schwierig, da kann's schon mal sein, dass ich so nach zwei Dingern einen Cut mache, weil das sonst zu anstrengend wäre, das krieg ich sonst nicht rein. Ähm, aber ich mein, selbst wenn, was ist daran halt so schwierig, äh, so, so schlimm, ne, weil vor der Kamera, find ich, ist es ja immer noch mal was anderes, weil du dann ja wirklich das Geschriebene halt noch mal frei rüberbringen musst und wenn das Leute halt vielleicht nicht so gut hinbekommen, mein Gott, dann ist das halt so, ne. Und ich kenn aber auch keinen Meinungsblogger, wo das jetzt so schlimm ist, dass man wirklich sagen muss, boah, das kann man sich ja gar nicht geben, der cuttet ja nach jedem Wort. Ich sehe ganz viele Wechsel, Bildwechsel, es muss wackeln. Das ist auch bei keinem so. Er behauptet jetzt irgendwelche Dinge, kein Meinungsblogger macht solche Videos. Ich weiß nicht, was er geguckt hat. Der muss ja komplett drauf gewesen sein, wenn sich bei dem alles gedreht hat, während er das geguckt hat. Genau wieder diese ADHS-Scheiße, die, die total förderlich ist, die es, die es unbedingt besser macht. Ganz, ganz hilfreich, diesem Deppen sowas auch noch anzubieten. Ähm, und dann ist auch ganz wichtig, so ein Video, das darf nicht gescriptet sein. Und es muss extrem schlampig und verpeilt vorgetragen werden. Der, der Einzige, der vielleicht keine Scripts schreibt, Da Vinci, glaube ich, macht das nicht. Und Mighty macht das, glaube ich, nicht. Das sind jetzt aber auch keine Aushängeschilder, das sind halt zwei von acht. Und er sagt einfach, alle Meinungsblogger sind so. Also ich, ich verstehe den Sinn von dem Video jetzt halt noch weniger. Weil am Anfang hat er halt Scheiße gelabert und hat uns halt beleidigt. Okay, das sind halt Beleidigungen, aber jetzt lügt er ja einfach. Er lügt ja einfach faktisch. So, er labert ja einfach Scheiße. Das ist ja einfach falsch, was er sagt. So, hä? Und dann beschwert er sich bei uns, dass wir keine Recherche in die Videos packen. Und selbst wenn du die ganze Zeit schneidest, bei der Nachbearbeitung, das dient wirklich nur dazu, dass du die ganze Zeit dieses Scheißgekasper hast. Es geht nicht darum, sinnvoll was zu schneiden. Ganz wichtig ist auch, du musst Versprecher, die wahrscheinlich gar keine Versprecher sind, sondern man hat sich das vorher überlegt, dass man sich da ver... die musst du unbedingt drin lassen. Also du hast in dem einen verfickten Satz... Ja gut, also bei mir ist es so, ich habe ja tatsächlich mal so zwei, drei Versprecher drin gelassen, aber auch nur, wenn ich die selber irgendwie lustig fand, wenn der Satz halt so gar keinen Sinn gemacht hat. Irgendwie, ja, keine Ahnung, wieso hast du KuchenTV gedinkst? Da ist mir das eine Wort einfach im Script nicht eingefallen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich das geschrieben habe. Und stand da dann und dachte so, ja, was sage ich jetzt? Und dann, ja, wie kann man KuchenTV Exposed Voice ja behindert? Sowas lasse ich halt drin, weil ich das noch ganz lustig finde. Ich finde aber viele, also ich lasse drei oder 99 Prozent der Versprecher lasse ich halt nicht drin, weil das halt auch einfach keinen Sinn macht so. Aber jetzt mal vereinzelt, wenn mal was Lustiges passiert, das drinnen zu lassen, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich finde sowas, taut ja auch das Video so ein bisschen auf, macht es unterhaltender, zeigt auch vielleicht ein bisschen Realness so, man ist jetzt auch nicht der perfekte Typ, den man so darstellt, wer auch immer sich so darstellt. Aber ja, wie gesagt, das sind halt Dinge, das kann ich jetzt so auf mich beziehen. Ich habe das, glaube ich, jetzt zweimal gemacht oder dreimal. Und ich sage mal, alleine schon, seitdem ich vor der Kamera stehe, sind, glaube ich, 70 Kuchen Talks entstanden oder 50 oder so. Das heißt, in zwei von 50 Folgen sind Versprecher mit drin, die ich halt absichtlich dringelassen habe. Und er stellt das jetzt so hin, als wenn das in jedem Video der Fall wäre. Gleichzeitig macht das aber auch kein anderer Meinungsblogger. Das kommt ja auch noch dazu. Ich bin wirklich der Einzige, glaube ich, der das macht. Und vielleicht noch bei das bin ich mir gerade gar nicht so sicher. So, das heißt, wenn, dann sind es halt zwei Leute. Die anderen machen das gar nicht. So, und er stellt das halt so hin, als ob das aber alle machen. So, hä? Das, den du redest. In dem hast du fünf Schnitte drin. Fünf Jump Cuts in einem verfickten, dummen, inhaltsleeren Satz. Den, 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 das würde ich gerne sehen, worauf er sich da bezieht, um ehrlich zu sein. Aber der Versprecher ist drin geblieben. Ganz wichtig, Versprecher ist drin geblieben, weil erstens, das ist so lustig. Oh man, ich würde so gerne mit dem Live talken, Alter, ohne Witz. Schreibt ihm mal in die Kommentare, falls er Bock hat, soll er Twitch kommen. Ich hätte richtig Bock, mit dem online zu reden, Mann. Ich glaube, das könnte richtig spannend werden. Und zweitens, und der wirkt so authentisch. Zeig mal die Bewertung. Ja, also ich kann jetzt so die Bewertung zeigen, wie es, bevor wir auf das Video eingegangen sind, war, gehen ja leider immer wieder Leute dann rüber. Geistig vier bis sieben. Wobei gut, das Video ist schon schlecht. Wer fällt denn auf so einen Scheißdreck rein? Es ist wirklich unfassbar. Wer fällt denn darauf rein? Hallo. Also unterm Strich? Hallo. Die Performance. Ja, dann danke, weil bei Exo, wenn du jetzt abhaust, dann sage ich auf jeden Fall nochmal Danke. Vielen, lieben Dank. Ehre auf jeden Fall. Es muss so schlecht sein wie der Inhalt, um ein stimmiges Meinungsbloggerbild von dir abzugeben. Dann hast du es, dann hast du es richtig geschafft. Das ist, das muss auf jeden Fall der Plan sein, wenn du da richtig durchstarten. Vor allem weißt du, das Ding ist auch, du musst dir mal überlegen, der Typ ist halt so neidisch auf uns, auf unsere Szene, auf, oder auf das, was auch YouTuber erreichen, auch ja so Tanzverbot und Unge und Monte und Stay hat er ja auch am Anfang gesagt, dass er sich halt wirklich, dass er mit dem Auto, wohin fährt, schön an irgendeine Landstraße oder so ein Landweg, wo so Traktoren langfahren, stellt sich da an die Seite und beleidigt einfach 15 Minuten die Meinungsblogger und andere Personen, die da Videos machen, dann fährt er nach Hause, lädt das hoch und hat einfach so richtig die Genugtuung, man. Wirklich, er lädt das hoch und denkt sich so, ja mein Digga, den Frust habe ich einfach komplett rausgelassen. Was sind das für Menschen? So, ich verstehe das nicht, was er damit erreicht, also, was bist du für ein Mensch, dass es dir gut tut, einfach andere Leute ohne Fakten, ohne Recherche einfach zu beleidigen, runterzumachen und Scheiße über die zu labern? Was bist du für ein Mensch? So Real Talk einfach, ich check solche Leute halt einfach nicht und er selber denkt aber auch gleichzeitig, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich verstehe die Meinungsblogger-Szene, ich weiß ganz genau, wie die das machen und richtig für Scheiße Geld bekommen willst. Boah Digga, dieser Cut aber auch heftig ey. So, warum mache ich jetzt so eine Scheiße hier? Ganz einfach. Erstens, Geld schmeckt. Wir werden jetzt hier einen Kanal aufbauen und der wird richtig durch die Decke gehen und dann wird man uns mit Kohle beschmeißen. Digga, bei dem Content, Alter, kann ich mir auch nur vorstellen, dass der halt Träman ist Fiek oder wie auch immer. Da muss ich nie wieder arbeiten und das läuft einfach bei mir. Und dann mache ich mich mit anderen Sachen, die mich ankotzen, wo ich mir denke, wenn es schon nervt und ich nichts dagegen mache, dann will ich wenigst ein Stück vom Kuchen abhaben, dann nehme ich die ganze Kohle und investiere das irgendwie in Aktien von der Rüstungsindustrie oder so. Da lässt sich auf jeden Fall was machen. Ja mein Digga, der gehobene wieder. Ich werde das natürlich alles in Soziale. Er ist einfach, er ist jetzt der neue Simplicissimus. Wo er könnte sich ja mit der Vinci zusammentun, dann wären das ja zwei Leute. Nein, auch nicht. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie das so oft. Er selber hat einfach keinen Grund, warum er die Videos macht. Er will einfach nicht zugeben, dass er einfach nur das Kacke findet, dass es Leuten im Leben besser geht als er, die dafür weniger Arbeit machen müssen und versucht das jetzt so auf Lachkick mäßig so runterzuspielen. So haha, ja lol, ich will ja nur Geld. Hihihi, nein will ich gar nicht. Haha, lol, ich kaufe mir Aktien. Lol, lustig, oder? Zum Leben. Genau, wird ein Kanal aufgebaut und ja, es muss doch einfach mal irgendjemand sich zu diesen Sachen äußern, der so halbwegs Ahnung davon hat. Und das ist er. Er selber denkt jetzt, dass er Ahnung davon hat. Bruder. Statt einfach diesen Schlümpfen da die Bühne zu überlassen, wie sie den Schlümpfen versauen und wie sie Videos produzieren, die sich kein Mensch, der bei gesundem Verstand ist und über 20 Jahre alt ist, irgendwie angucken kann, ohne dass er am Ende zuckend und mit Schaum vom Mund auf seiner Tastatur liegt. Das ist doch unmöglich. Ja, es ist halt einfach, geht auch für alle Menschen so. Menschen sind ja zum Glück keine individuellen Wesen, sondern jeder Mensch ist gleich. Deswegen finde ich das sehr gut, dass er das auch hier nochmal gesagt hat. Es geht nicht darum, jetzt wissenschaftlich hochwertig, hochwertig aufgearbeitete, Informationen auszuholen, didaktisch-methodisch ausgefeiltes, Bildungsfernsehen hier abzuliefern. Ich will ja auch keine Funkförderung. Da kotze ich ja fast noch ein bisschen mehr als bei Meinungsbloggern. Aber das ist auch eine Sache, die ich nicht gucke. Daran sieht man das halt noch mehr, dass es halt einfach nur ein Typ ist, der in seinem eigenen Leben halt unzufrieden ist. Und genau deswegen finde ich halt so viele Leute in Deutschland einfach so ätzend, weil ich das einfach nicht verstehe. Das ist halt genau das Gleiche. Ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der wohnt in Wolfsburg. Das ist hier so eine Stadt in der Nähe von Braunschweig, kennt man vielleicht noch eher wegen der Bundesliga. Da gibt es halt Volkswagen so. Und die Leute, die da halt wohnen, da arbeiten auch 80 Prozent der Leute, ja, bei Volkswagen halt einfach. Das sind dann halt so Leute, die halt von morgens bis abends arbeiten. Die verdienen dafür natürlich auch meistens ganz gut. Aber die sind halt so in ihrem Hamsterrad gefangen. Die haben halt so ihr eintöniges Leben. Und wenn du als Person da wohnst und du entkommst, sag ich mal, so ein bisschen daraus, weil mein Kollege zum Beispiel ist auch relativ erfolgreich mit dem, was er macht. Ich will aber nicht sagen, wer das ist oder was der macht. Aber der ist auch selbstständig. Der reist sehr viel rum durch Deutschland und so weiter. Da zum Beispiel hat er mir auch erzählt, es gibt so viele Leute in der Stadt, die ihn halt einfach grundsätzlich hassen oder halt so richtig, ja fast schon so neidisch sind, einfach negativ eingestellt sind gegen ihn, weil er sein eigenes Ding durchzieht. Weil er nicht anfängt, einfach ganz normal nach der Schule Ausbildung zu machen, dann zu arbeiten und dann zu sterben. Oder erst Rente und dann sterben. Je nachdem. So, und das ist halt einfach eine Sache, finde ich halt einfach absolut behindert so. Das sind halt Leute, die sind da mit ihrem eigenen Leben vielleicht unzufrieden, weil ja, die haben Geld, aber von morgens bis abends zu arbeiten, dann immer im Stau zu stehen, wenn du vom Werk fährst und so weiter, ist wahrscheinlich halt auch nicht so geil. So, und du hast einfach generell Leute, die halt aus diesem Hamsterrad entkommen, die was eigenes aufbauen, die versuchen sich vielleicht selbstständig zu machen und was größeres, ja, zu werden, sag ich mal, als irgendein Arbeiter so. Und ich will natürlich an dieser Stelle auch sagen, also ich finde, es ist halt nicht schlimm daran, bei Volkswagen oder irgendwo anders zu arbeiten, das will ich gar nicht sagen, ja. Ich habe mich auch bei Volkswagen beworben, tatsächlich mal. Vielleicht wäre ich jetzt bei Volkswagen, wenn es anders gelaufen wäre. Aber es ist natürlich, finde ich, für mich selber cooler, einfach selbstständig zu sein, so, ja. Und viele Leute, die halt normal arbeiten, die sind nun mal unzufrieden einfach damit, ja. Klar, die verdienen vielleicht nicht so gut, dann sind die von morgens bis spät unterwegs, kriegen nichts, geh bitte, Mann. Ich will jetzt hier vernünftig streamen. Bruder, Noah hat schon wieder in den Bezug, wenn der wacht. Ja, ist okay. So, und, ähm, ja, genau, deswegen. Und das Gleiche ist halt auch bei ihm einfach der Fall, man merkt einfach deutlich, er ist einfach unzufrieden mit seinem Leben, so, er gönnt uns einfach nicht. Vielleicht haben wir mal ein, zwei Videos gemacht, die er wirklich nicht gut fand und deswegen sind wir sein Hassbild, so, und das verstehe ich einfach nicht. So, das ist eine Sache, check ich nicht. Als was hast du dich beworben? Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht. Industriekaufmann, glaube ich, oder irgendwie sowas war das. Äh, müsste sowas gewesen sein. Irgendwas Kaufmännisches auf jeden Fall. Ja. Vielleicht einfach mal zu sagen, okay, es muss einfach mal der dicke Onkel jetzt kommen und sagen, hier, liebe Leute, ich habe zu Dingen auch eine Meinung und die kommt irgendwo her. Die kommt nicht daher, dass, keine Ahnung, ich als Kind so ein paar Mal vom Wickeltisch gefallen bin oder so, sondern die ist tatsächlich durch Bildung und durch Auseinandersetzung mit einer Thematik entstanden und ich kann sie angemessen vortragen. Ein bisschen traurig ist es, dass ich eben gerade schon einen Versprecher da drin hatte. Angemessen. Ah ja, krass. Er trägt das hier auch gut vor, muss man doch sagen, ist nice. Ein Vortragen läuft bei mir. Ich hake das jetzt einfach mal ab und selbstironisch bin ich auch noch. Du müsst jetzt hier noch so ein paar Jumpcuts reinknattern und den Versprecher dann einfach drin lassen. Aber dann könnte ich halt heute Abend beim Zähneputz nicht mehr in den Spiegel. Arbeite bei VWMWOB und wie mein Dad und wir sind auch in keiner Spirale, das echt von außen betrachtet. Deine Sicht in der Front aber sich gar nicht so. Naja, okay, wie gesagt, ich habe ja halt ein, zwei Kollegen, die da halt wohnen. Natürlich ist es halt auch nicht jeder so. Ist ja auch gar keine Frage. Aber bei vielen ist es halt einfach so dann der Arbeitstrott halt, der sich halt nicht ändert. Und dann werden halt Leute schnell abgestempelt, wenn die halt sich selber versuchen, irgendwie sich da was aufzubauen halt. Bis halt der Erfolg da ist, dann ist es wieder okay. Naja, wenn ich daran denke, dass andere ihre Körper kaputt machen durch ihre Arbeit und dies so gut wie gar nicht gewürdigt wird, kann ich es ein wenig verstehen, sauer zu sein. Naja, aber guck mal, das hat ja nichts mit dem mit dem Leben von anderen zu tun. Also selbst wenn ich jetzt auf dem Bau arbeiten würde, dann würde ich nicht sagen, ja, der Monte, richtiger Doofkopf, weil der verdient da so viel Geld, mit wenig Arbeit so. Ich meine, irgendwo sucht man sich den Job selber aus. Jeder kann sich einen YouTube-Kanal machen. So, und selbst wenn es vielleicht auch einfach, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, ja, dann sollte ich immer noch froh sein, einen Job zu haben. Und dann hat das immer noch nichts mit meinem Leben zu tun, wenn sich Monte 5 Lambos holt. Das ist mir, das kann mir scheißegal sein im Leben. Ist sogar, vielleicht sogar noch gut, weil die Mehrwertsteuer geht ja auch wieder an den Start. Vielleicht tut er ja was Gutes damit. Hahaha, lol, glaubst du ja wohl selber nicht. Genau. Das wäre halt auch ziemlich scheiße. Das Geld hilft dir nichts. Das Geld hilft dir nichts. Selbst wenn du jetzt sagst, oh, Corona-Krise, dann kann ich mir halt mit Fuffis den Arsch abwischen, wenn die anderen nicht mal Klopapier haben. Nein. Aber man muss für Geld auch nicht alles machen. Ich glaube, einfach kann man 3000 Bits gegeben anstatt dir, Alter, Digga. Das ist nämlich die echt übel, Mann. Das finde ich unfair. Geld schmeckt schon. Man kann das gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen. Das ist ein super Prinzip. Weiß nicht, wer man davon gehört hat. Soll das jetzt lustig sein von ihm? Nehme ich mit. Soll ich ihm wann reden? Achso. Ja, Digga. Kolemi muss weg. Weil ich Bock drauf habe. Weil ich kann auch ein bisschen viel Zeit habe. Und ganz ehrlich, irgendwer, irgendwer muss es ja tun. Ich habe an den nächtlichen Wolkenhimmel geblickt und habe gesehen, dass irgendein Verzweifel der Kommissioner eine Art an den Abendhimmel projiziert hat mit einem riesigen Scheinwerfer. hier we go. Also viel Spaß. Unterstützt die Scheiße hier und wir gucken mal, was wir demnächst so machen. Ich äußere mich zu so ein paar Themen, zu denen ich eine Meinung habe, eine fundierte Meinung. Und dann nehmen wir mal so ein paar von diesen Meinungsblogger-Vögeln auseinander. Props an euch, alle mal Kerze an den Chat. Wir haben die Daily Subs erreicht. Ich bin ein bisschen sprachlos, um ehrlich zu sein. Das ist halt, es tut halt wirklich weh. Ich habe eine fundierte Meinung. Fundierte ist ein Nomen, weil das fundierte, kennt man ja. Meme, beleidigt durchgehend, shared, bin ich behindert, Digga? Wie schreibt man shared, alter fuck? So oder nicht? Ach Digga, das stimmt. Shared, oh Mann, sorry, ich bin ein bisschen müde, Noah war die halbe Nacht wach. Ach Digga, der Deutschprofessor wieder, beleidigt durchgehend, scherend alle über einen Kamm, das weiß ich aber, wie es geschrieben wird, alles gut. Scherend alle über einen Kamm, behauptet Dinge, die nicht stimmen, behauptet Dinge, die nicht stimmen. Scheiße, ich hätte jetzt, das war schon das Ende. Was hat der noch gemacht? Fundiert ist aber klein. Ja, ich weiß, hab ich ja, ja komm. Beleidigt durchgehend, scherend er behauptet Dinge, die nicht stimmen und stellt sich als unglaublich klug hin. Ah ja. So. Er hat Eloquenz gesagt. Ja, gutes Video. Nein, war es nicht.